Es tut mir leid, Sie müssen mir aufmerksam folgen. Ich werde hier gleich mit der ein oder anderen Vorstellung brechen müssen, die allgemein geradezu angenommen ist. Vor langer Zeit schon schwebte mir etwas vor und ich ahnte etwas von einer Zeitmaschine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020